Hallo liebe und herzlich willkommen zurück zu Kelvin and the infamous machine. Ich habe im letzten Part bei der Anmoderation ein bisschen einen Schwachsinn gebaut. Ich habe nämlich immer DER Karotte gesagt, statt der Karotten-Gamer oder DIE Karotte. Es tut mir leid, Karotte. Ah, ich habe es eh so geschnitten. Es sind ein paar randomen Papers. Ich bin nicht sicher, ob sie einen von ihnen sinnvoll sind. Ich habe es eh so geschnitten, dass man das merkt. Ja, meine Dummein. Und jetzt brauche ich die Kerze wahrscheinlich. Nein, ich würde... Ich sehe aber nichts. Ach, vielleicht schaue ich die Lampe an. Oh, ich dachte, ich könnte Kelvin vielleicht... Kerze benutzen, das ist mir leid. Meine Nase juckt. So. Ähm... Ah, ah. Kein Weg, ich nehme das an. Danke. Clown sind schrecklich cool. Es ist lockt. Da ist ein Mop. Ist das ein Mop, aus menschlichen Haaren? Oh, es ist sicher. Oh, es ist sicher. Yuck. Äh. Ist sonst hier nichts? Diesen Seil? Kann ich die Leiter nicht nehmen, wenn wir das holen? Okay. Masken mag er auch nicht, okay? Verstehe ich. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Spiegelt ein bisschen, deshalb sehe ich nicht alles. Ein Spucknopf. Kann ich der Frau vielleicht die Haare verkleben? Nein. Ich habe die Mop-haare genommen. Ach, ich habe Mop-haare genommen. Warte mal kurz. Oh. Diese Mop-haare kind of look like a bushy mustache. Oh. Kann ich... A mustache would definitely make me look older, but it doesn't make me look any fancier. Ist das made of green Leather? Weird. Anyway, it looks like there's a piece of paper sitting at the top. Yeah, dann nehme ich es ab. Somebody will definitely... Somebody will... I'm not sure how those go... Nein. Das heißt, irgendwer muss hier einen Aufstand veranstalten. Nein. Keep it brutal! Hmm... Ich muss hier irgendeine Ablenkung machen. No time for music. Wie? Excuse? Vielleicht kann ich ihm irgendwas... Nein, ich... Hm. Ich glaube nicht, dass... Der Hammer? Ich bin nicht sicher, wie das... Nein. Oh, es ist nur ein Mann? Ich dachte, es wären zwei Bösen und Dinge. Shhhh! Halt doch die Fresse! Mann! Ich brauche den Zettel hier! Wie kriege ich den? Wie kriege ich den? Wie kriege ich den? Anklare... Ich will ihn... Lennon's McNo-Face! Waaaah! Okay... Warte mal kurz, hier sind voll... Äh... Warte mal kurz, hier sind voll... Äh... Rieße hier unten? No! Warum nicht? Kelvin! Komm! Na bitte nicht! Ja, meine Güte! Jetzt stell dich nicht immer so an! Kann ich dem Kaugummi nehmen? Kann ich dem Kaugummi nehmen? Am I supposed to be impressed? Ja! Ich kann dir auch Münzen geben! Tickets are sold! And they cost about a hundred times more than that! Ich hab ein Ticket! Woah! Ist ja gut! Hier ist ein Riss! Hm. Wollen wir vielleicht mehr Kaugummi's? Äh... One Piece is... Nein. Ist Notfallglas vielleicht? Komm, nochmal! Ach komm, das muss doch... Oh mein... Errungenschaft freigeschaltet! No... I think... Okay, der Hammer geht zuerst kaputt... Well, it's an... Eine Notfallwasserflasche? Ey, der Ding ist kaputt! Ehh... Der Ding ist kaputt! Okay, interessiert ihn auch nicht! Kaugummi vielleicht rein... Picken? I don't... I don't... I don't know... I don't know... Tomorrow... Huh! Mh... Ah... I'll be... I'll be here... Ich sag's euch ja, also... I didn't go back in time just to break stuff! Was, bist du nicht? I don't think... I don't think... No... Hey Ro... Don't remind... Don't leave the law firm, Fritz! There's no future in carnival amusements! Gertrude is going to kill me! Oh nein, Gertrude will den umbringen! Schlecht! Hier! I don't think... I don't think... Ach so, warte! You're as weak as an inept research assistant! Guilty as charged! Yep! Vielleicht... No one! Nein! I'm not sure... Nein! I don't think that will work! Ich probiere einfach alles, du! Are you sure? Sure as it gets? Now beat it! I don't want to die in the crossfire! Huh! I'm not sure... Oh man, was soll ich tun? Cool! Aw! No! Um... I think he's had enough! Just no more here? You're... Nee, der kommt dasselbe... Nee, der kommt dasselbe... Willst du Carmen? Nein! Willst du eine Münze? Die wird wahrscheinlich sicher die Flöte... Die braucht die Flöte! Aber wie krieg ich die Flöte? Und wie krieg ich diese komische Leuchtkugel da weg? Okay... Ich hab die... Ich hab die schon benutzt... Ach... Was muss ich machen? Ich hab den Hammer drauf... Nein! Und da kann ich nicht, wenn ich dann... Ja, es bringt nichts mehr... Da brauch ich den... Mann! Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich würde gerne das Popcorn da nehmen, aber... Nein... Ich bin nicht sicher... Es ist ein... Bunch of rand... Just so we're clear... If I need to reach in... And... And... Just so we're... Ich glaube nicht, dass... Oh Mann! Ich glaube nicht... Ach komm, das mit dem Hammer hätte das funktioniert... Ich bin nicht sicher, wie die zusammen gehen... Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht... Ich bin... Ich bin nicht... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ah... Kaputte Leute hier... Warum würde jemand eine Ladder so kalt machen? Warte mal... Gnome müssen real sein... Ja... Gnome gibt es wirklich... Ah... Ein Stock mit Löchern... Eine Flöte... Okay, dann machen wir es halt so... Für die Schlange. Bis jetzt muss ich sagen, kommen die Wiener ja noch ganz gut zurecht, außer dass wir alle verrückt sind anscheinend und kleiden. Warum denn nicht? Ich habe ja einen Stock mit Löchern. Ich bin nicht sicher, wie diese gehen. Oder soll ich die etwa vertauschen? Soll ich die vertauschen miteinander? Weiß es nicht. Okay, ich habe die Flöte. Jetzt spielen wir der Schlange was vor. So. Das schmeckt der ab. Nein, bist du nicht. Nein, ich stecke mir einfach mal eine Cobra hier in den Rucksack. Ich bin voll smart. So, die sorgt jetzt für Ablenkung, damit ich mir das Ticket greifen kann, um wunderschön schicker auszusehen. So. Die Cobra. 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 Es hat wahrscheinlich einen Offshore-Bank-Account. Alright, okay. Das ist super klassisch. Ein Mustach würde mich definitiv älter sein. Ich bin nicht sicher, wie das... Warum kann ich mir das jetzt nicht anziehen? Was soll ich denn noch machen? Ich habe den Hut. Ich habe den Mob. Die Mob-Haare. I don't see. I don't see. Da ist nichts mehr drin. Der Schrank ist verschlossen. Dang, this hat ist so fein. Dang. Na, das sagt immer noch selber. Ah, no way am I picking that up. Mal nimm ihn doch einfach. Okay, er will da sowieso nicht hin. Was kann ich denn noch machen? No time for... Just saying. Okay, nein, da kommt nichts Neues. Kerzenhalter, das Glas. Was soll ich denn noch machen? Yeah, I bet. Whoever I... One doll. Hmm... Hold it kid. You're staying out here until... Er will sich ja nicht anziehen. Warum zieht er den nicht an? Das ist super klassisch. Ein Mustach würde mich definitiv älter sein, aber es würde mich nicht viel fanziger sein. Da! Er hat bei dem einen gesagt, er sieht nur zu jung aus und man nimmt... Behold, das perfekte Snooty-Disguise! Boom! Just call me Lord Kelvin! Ja, Kelvin, ist okay. So, kann ich damit jetzt rein? Ja, nein, vielleicht, ich weiß nicht. Guten Abend, Herr Froman. Ich bin der sausage-Mogul Abraham von Froman. Und ich brauche, dass ich in dieser kosmopolitanen Bierhalle behebe. Guten Abend, Herr Froman. Bitte, komm direkt in. Warte mal, habe ich dich hier gesehen, Herr Froman? Dann... Watt? Schnitzelburg! Ja. Was immer du sagst Kelvin, ich seh grad, dass meine Kamera jetzt das ja auch noch verdeckt. Ich glaub die ist überall falsch, selbst wenn ich sie, Moment, selbst wenn ich sie, huch, hier empacken würde. Aber es ist einfach so, sie wandert einfach von hier zu dort, von dort zu hier. Ich glaube, obwohl es kommt drauf an, wo sie gerade spricht, also lassen wir sie da drüben. Tut mir leid. Lass mich mal ein Muck. Demmischer. Was business do you have with the Shuffler? The Shuffler. Could I borrow your cards? Cards? Was ist die Shuffler ohne seine Karte? Was ist ein Muskox ohne seine Musk? Was ist die Barrel Salesman ohne seine Mini Barrels? All right. All right. I got it. Looks like somebody needs a drink refill. The Shuffler is awed by your observational prowess. If I bring you a drink, will you let me borrow your cards for a few minutes? The Shuffler is not one to make promises, but perhaps. Ooh. Can I show you a magic trick? The Shuffler does not deign to engage in petty trickery, magical or otherwise. He is the practitioner of an art. You would do well to respect it. The Shuffler does not appreciate your mockery. Calvin comes back. Hello, friend. Take a seat and try your luck against the reigning, reigning champion. You want me to arm wrestle that jack dude? No chance. Oh, contraire, what I mean. No, no, no. Not arm wrestle. Pop shaker. Uh, brock. Uh, brock. Uh oh. You mean rock, paper, scissors? Yes, that one. Uh, that is the one right there in the middle. What do I get if I win? You get the most, huh, best prize in the world. Beer! Beer! Oh hell yeah! Let's do this! Ah fuck! Yeah, man. Nimm da immer schere, kann das sein? Ha! Eww! What the? Did you just sh- Oh! Maybe this is what that fortune teller was talking about. Ha! Looks like someone's never played, play tournament rules before. Come back when you've studied up, kiddo. Hä? Warte mal. Nee, der macht das nicht. Warte. Nochmal. Also. Was? Oh, verdammt. Das heißt, am Anfang macht er immer mal gegen... Okay. Hallo. Was? 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 Baller? Was? 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 Ich hab dich gleichGEF zu blowni пойдet. Cool. Oooooh. Das Cocktail ist großartig, aber ich mag das nicht schmerzen. Okay. Okay, wir benötigen das Cocktail, wir haben immer noch 가운데 Kaugummi. Ja. Was für ein Arsch. Und da ist Beethoven. Er ist taub. Er ist taub. Er ist taub, er kann ihn nicht hören. Er ist taub. Was machst du da? Ein Musiker Musiker? Das ist keine Musik. Es ist ein Poet, um mich zu soothe meine schmerz und schmerzend soul. Oh! Kann ich hören, was du so weit hast? Ich kliere meine Augen und schreie. Es geht nicht um mich. Musik ist wie ein Traum. Eine, die ich nicht hören kann. Das ist wirklich DEEP! Ich bin hier, zu helfen dir zu schreiben, deine nächste Symphonie. Ha! Es wird keine nächste Symphonie geben. Warum nicht? Du bist so gut! Vielleicht hast du nicht zu erkennen, aber ich kann gar nicht hören. Ich habe das gesehen. Wenn das passiert? Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. von einem Mann, von einem Infernal-Horn. Er hat meine Hände mit einem schrecklich, schreitenden Ton. Jetzt, der einzige höre, ist das dieser verdammt Mug, die die von mir aus. Wie ist das? Ich werde ein Melody und du kannst mit es gehen. Ne, der Lacht. Der kann das wirklich noch schlimmer werden! Wuhuhuhuhuhhhh Stop that, stop that right now Nah knowing my luck I'd hit Beethoven and then the world even faster Cooler Typ How the heck did you get in here? You don't meet the dress code at all Easy I've been in here since before they had one When did they start? I don't know Four years ago? you sir are a legend cheers to that brother I'm better be careful with these I'm pretty allergic not to mention they've been here longer than I have okay bro don't leave his hang definitely what business looks like somebody the shuffler if I bring you a drink the shuffler is not one to make promise the Kelvin will see you later the shuffler does not appreciate your mockery okay ich muss irgendwie hier gewinnen wahrscheinlich zuwaltprinzip ja und jetzt macht er doch den scheiß come on how am I supposed to beat this guy but don't even know what these throws me that's your problem I don't know welcome sir another art coming right okay then give me a bit not mine I'm not sure how those go together I'm not sure how those go I'm not sure yeah keep that up hold up bro you can't toast with that in my class everywhere bro total part I'm not sure how the no I'm not sure Beethoven will us nicht warte mal vielleicht will der einen haben vielleicht gibt der mir dafür sein kug no I'm oh nein nichts Advertisements used to be so subtle yes so vielleicht kann ich den einfach getrunken machen okay liebe meine lieben ich habe doch vielleicht bringt das irgendwas für irgendwo bei berger dran versuchen so ein drittes mal business the kill the shop mal gucken dann schauen mal ob wir raus müssen was anders tun müssen vielen dank fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns dann wie immer beim nächsten mal wieder macht es gut ciao ciao